Willkommen zu Endshort oder Endcourt oder wie auch immer man das ausspricht, hält mir grad nicht ein, keine Ahnung, sorry. In diesem Spiel geht es darum, man lebt auf so einer kleinen Insel hier, kann mit dem Teil da irgendwie nach unten in so einen Dschungel und da Sachen erkunden und kann scheinbar hier die Leutchen rumschicken, damit die irgendwelche Sachen erfüllen. Healing, aber okay, das leben mal die hier. Und so muss man halt seine Leut umherschicken und scheinbar hier irgendwie eine Stadt bauen oder so. Ich hab da jetzt noch nicht so die Ahnung von, was man machen muss, muss ich mich entschuldigen, ich mach kurz etwas lauter. Weil ich hab das gerade eben erst angefangen und daher bin ich jetzt auch noch neu in dem Spiel. Und, warte mal. Ah, okay. Weiß. Base Storage House, Settlement, Food, Supply & Resource. Settlers, ah, okay, also wenn man hier hingeht, dann werden die Ressourcen da drin gespeichert. Okay, das ist schön. Okay, das ist jetzt doof. Ich rutsche die ganze Zeit nach rechts aus dem Bildschirm raus. Okay, warte, da ist hier oben. Construction Menu. Watchtower Settler, gehen garrison in this building and provide... Ah, okay, die haben gerade was gegessen. Settlers, gehen garrison in this building and provide fire from above. Okay, ähm. Ich denke, wo soll ich hinwohnen? Ich baue einfach mal da hin. Ah, dann kann man auch drehen, wie welche Richtung steht. Ist auch ganz cool. Sagen wir mal so. Night is drawing closed. Prepare your defense, prepare to defend your... Ja, ich hab da aber noch nicht weh, dass ich preparen kann. Oh, ich hab ne neue Gebäude unlockt. Loadout area. Customize your Settlers with different weapons gear and can only build once. Ich braue ich aber noch einen Stein. Okay, ähm. Was ich das angreifen? Tötet, bitte. Bitte töten. Danke. Something is stealing your fruit. Was? Nein! Oh, verdammt. Ah, das ist leider die Fiecherklauen, also mein Essen. Okay, die Kamera ist etwas lang. Wow, hier kann man noch nichts einstellen, schade. Ah, okay, man kann noch weiter rauszoomen, ist gut. So, geh du mal darüber. Kann man... Mann, kannst du da rein? Okay, komm mal mit. So, warte, was ist das hier auch heilen? Sprint, boost the movement, speed of Settlers, boost the movement, speed of Battlers, spinning, slash, dies, damit du all nearby enemies. Ah, okay. Klick to send the elevator up or down. Ich hab neue Gebäude, noch mehr neue Gebäude. Ah, schön. Kann ich aber nichts anfangen. Also, ihr geht da mal rein. Und, ah, okay, hier unten. Jetzt bin ich mal hier unten. Boah, wie die sich hier alle voll leer fressen, ey. Ah, Steine. Okay, gut. Okay, und ich denke mal, so farmt man dann die Ressourcen. Ja, man sieht hier schon langsam, der Stein wird mehr. Oh, und hier sind Beeren. Okay, gut. Essen, weil Essen, denke ich mal, ist ziemlich wichtig. Ich mein, so wie die hier oben, seht ihr ja grad, wie schon das ganze Essen überschwindet. Ah, okay. Und man sieht immer, ah, das Gelbe ist dann die Rucksäcke von denen. Das heißt, man kann jetzt noch nicht so viel... Ich frag mal nicht, was das grad war. Ähm. Okay, greift das mal an. Och, alter. Heilige. Das Viech macht Damage. So, bei ihr schnabuliert mal noch ein bisschen Essen. Oh, nein, man kann auch den Viech, das Viech auch zerfleischen. Das ist gut. Oh, nö, nee. So. Richtig Garance hier. So, ich denke, ich geh mal hoch. Und tu mal das ganze Essen einlagern. Damit ich wieder hier oben die Leiste sich wieder füllt. So, aber ich hab kein Holz, oder? Nein. Holz. Oh, warte hier. Loadout. Puh. Das Ding ist riesig. Ähm. Also ich find's cool, dass man selber drehen kann, welche Richtung das jetzt zeigt. So. Ähm. Loadout dann. Meere Weapon Machete. Oh, man kann auch ne Knarre kaufen. Raider Weapon Damage 20. Spinning Slash. Drank Breeze. Okay, und hier ist es Mad Pack. Okay. Also der hat ne Knarre. Und das ist Dolph, Ingrid, Merta. Der geb ich auch noch ne Shotgun. Also ne Knarre. So. Dann, kann ich noch schnell was bauen? Nein. So, we'll use to turn locks into planks. Okay. Schick ich euch mal wieder runter. Warte, kann man das Holz hier einfach abhacken? Ah, da. Gut. Common Resource. Was. Und. Ah, wenn man weiter geht, dann geht der Nebel weg. Hm. Das ging grad schnell. Ah. Noch mehr Viecher. Okay, kämpft dann halt. Okay, mal schnell eilen. So. Och, Mensch. So. Kann man bei dem Campfire hier irgendwas machen? Ich denke nicht. Aber noch mehr Essen. Gut. Weil Essen ist glaub ich echt die wichtigste Ressource in dem Spiel. sind schon auf dem Weg. Oh. Weg. Nein. Oh. Anna, du gehst mal hier drauf. So. Klatsch noch das Viech weg. Bitte. Oh nein. Nein, 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 nein. Noch mehr Viecher. Ah, kacke. Also, okay. Deswegen muss man dann vermutlich gegen nachts diese Türme bauen. Bau ich mal schnell noch einen. Und steck mal einen. Der da oben. Oh, okay. Die Nächte gehen zumindest nicht lang. Use to turn locks into planks. Joa, ich gön mir einfach mal hier drüben. Haha, nein. Watscht das denn? So, wenn ich sagen, ihr drei geht mal schnell noch weiter Loks suchen. Denn ich brauche noch ein paar. Okay. Genug Holz. Das heißt, eine muss wieder, oder ein Nerde muss jetzt mal wieder weiter arbeiten. Und die anderen drei bauen mal schön. Oh, verdammt, ich hab nicht nur Steine. Ah, kacke. Ist das doof, dass hier jetzt in der Nähe keine Steine mehr sind. Das heißt, ich muss jetzt wieder durch so ein Gebiet laufen. Oh, hier oben ist nur wieder weiteres Essen. Ich brauche kein Essen. Also eigentlich schon, aber ich bin auf der Suche nach Steinen, damit ich mein eigenes Essen anbauen kann. Oh, Nacht. Schon wieder Nacht. Scheiße, ist nicht gut. Ich geh mal schnell zurück jetzt rein. Oh, scheiße. Na egal. Okay, die machen das schon. Oh nein. Hopp, 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 hopp. Schnell rein. Schnell rein. Schnell rein. Schnell rein. Schnell rein. Schnell rein. Oh, Rob kommt runter. Schnell. Nummer eins Stütze. Nummer zwei Stütze da rein. Du bleibst hier oben. Du da unten. So. Dann sollte ich die Nacht schaffen. Ohne, dass mir was geklaut wird, wenn's geht. Huhuhu. Ähm. Hoho, okay. Das war knapp. Definitiv etwas zu knapp. Aber ich hab die Nacht wieder verstanden. Also. Find ich. Bin ich zufrieden. So, warte mal kurz. Das Ding steht. Stop the line from floating away. Used to pull the anchor. Mhm. So, wie viel kostet ein weiteres? Ah, hier voraubt man Locks und keine. Ah, scheiße. Oh, okay. Muss ich alles bauen, bevor ich rumwandern kann. Das ist doof. Oh, da muss ich mich auf die Suche nach weiteren Steinen begeben. Ah, schön. Oh mein Gott, das ist ja... Das ist ja göttlich hier. Ah. Noch einen Moment, man kann Steinen nicht zerschießen. Naja, zumindest ist die KI nicht gerade so klug. Naja, da habe ich es doch noch verkackt. Mist, würde ich mal sagen. Ah, okay, da könnte ich mal ein paar hinbauen. Eins hier, eins da. Ich glaube meine Typen dann werden im Kampf sich geheilt werden. Ah, scheiß auf. Jetzt ist es mir wert. So, jetzt besorgt sie euch dann noch ein bisschen Holz. Ich brauche noch nicht. Und Stein brauche ich auch noch. Ah, scheiße. Das sind ein bisschen viele Viecher. Ähm. Oh mein Gott, Alter. Letzter fucking Schuss. Und ich muss noch 18 Sekunden warten, bevor ich die Typen wiederbeleben kann. Das ist irgendwie nicht gut. Die Meißer, Meißel. Erstmal. So, gönn dir mal das da. Aber die Ressourcen kriegen wir jetzt definitiv viel zu schwer. Okay, hier Blacksmith. Das ist schön. Oh, zwei Eisen. Okay. Okay. Metal. Aber Ohr habe ich, oder? Ah ok, ich muss vermutlich erst das Teil bauen. Ok, das heißt, ich muss warten, bis die noch mehr Steine hat. Aber währenddessen bauen die hier, würde ich mal sagen, ein Feld. Wohin? Das ist die wichtige Frage. Wohin soll das Scheißfeld? Ich denke mal, die Viecher können da aus den Feldern schon Sachen klauen. So, ich denke mal, da geht in Ordnung. So, und jetzt kann ich hier schön das Ding zum Schmelzen hinbauen. Miene, aha. So baut das jetzt schon? So, ihr drei schick ich euch mal runter, damit ihr Essen holen könnt. Ok, noch alles entspannt. Ah, nein, 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 nicht so weit weg. Komm schon, ja. Boah, nice, der Hammer ist OP, ey. Hey, nice, das hat mega easy geklappt. Das ist geil. Oh, nicht brauche mehr Essen. Oh, oh, oh. Ich denke jetzt zu viel auf das man achten muss in dem Game. Lassen wir essen. Essen. Ah, Steine. Ok, gut. So, gönnt euch schnell das Essen. Komm schon. Schnell, beeilt euch. Oh, komm schon. Komm schon, ihr habt doch Essen. Hopp. Puh. Muss mir definitiv mehr Essen gönnen. Hm, schön. Viecher, die festhängen. Ja, endlich mal, ey. War doch Zeit, dass die Nacht vorbei geht. Ach, scheiße, mein Storage ist schon voll. Ah, kacke. Dann rase ich mal schnell nach Hause. Alter, das sieht einfach so abnormal aus. Ich guck euch an, wie schnell die rennen, ey. Einfach nur bekloppt, irgendwie. Ich würde sagen, Bogenschütze, äh, einer von den Schützen macht mal schnell das Holz zu gescheitem Holz, das man benutzen kann. Und, oh, ist das schön. Guckt euch diese Essensleiste an, ey. Einfach voll. So sexy. Ah, ist hier drüben noch Holz, ist man... Oh ja, das ist okay. So, jetzt baue ich erstmal noch scheiße viele Farmen. Damit ich mir keine Sorgen mehr ums Essen machen muss. Hm. Also, jetzt ist das bisserl einfach. Jetzt ist es nicht mehr so toll, wenn ein paar von meinen Leuten sterben. Aber die Nacht sollte wieder auch kein Problem werden. Jupp, alle wieder fix. Oh, nein, doch nicht. Die eine ist immer noch tot. So, und ich denke, mittlerweile sind wir jetzt dann durch im Spiel. Wir haben alles gebaut. Okay, Mine haben wir noch nicht gebaut. Können wir gleich nochmal machen. Aber wir haben jetzt definitiv genug Farben für Essen. Alle Waffen. Ähm. Jo, kann ich jetzt dann nicht eigentlich meine Insel ändern? Dingens. Stand hier doch irgendwas. Dass ich Inseln ändern kann, wenn ich alles habe. Oh, was ist das? Oh, das ist eine krasse Fähigkeit, muss man schon sagen. Mine habe ich noch nicht gebaut, was? Achso, die Mine. Baue ich mal da hin. So soll es sein. Ja, nochmal schön viel mehr essen. Oh, so toll. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr ums Essen machen. Man kann einfach schnell hier hochkommen und den Scheiß einpflanzen. So, jetzt kann ich aber mal kurz wechseln. Und dann, äh, ja, war es das für die Episode. Für ein bisschen weiter nicht für die Episode. Sondern, ja, completed GDC-Demo. Note that using this will end the game. Oh. Ne, das will ich noch nicht. Beenden habe ich noch nicht vor. Ich will noch ein paar Sachen ausprobieren. Und zwar erstmal so ganz viele Gegner anlocken. Und dann alle mit diesem geilen Bombardement zerstören. Danach können wir gerne aufhören, aber noch nicht davor. So, und jetzt schön hier ein Bombardement rein. Oh, nice. Aber irgendwie halten die nicht so viel aus. Sind meine Typen immer noch recht leicht zerstörbar, finde ich. Aber ja, das war es dann für Anchor von diesem Spiel. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Wenn nicht, schade, sagt mir, was ich besser machen kann. Und ja, wir sehen uns dann mal in einem anderen Spiel. Bis dahin. Tschüss. Da klang gerade schwul. Ich weiß. Entschuldigung. Tschüss. 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 Jenny. Tschüss. 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 Musik Untertitelung des ZDF, 2020